Was wirst du tun, wenn der Kampf bevorsteht? Wirst du auf das Kommende vorbereitet sein? Wirst du Stärke zeigen? Wirst du furchtlos sein? Wirst du für Chaos sorgen? List? Oder Präzision? Wirst du gewappnet sein, wenn die Zeit des Kampfes naht? Werdet ihr vereint stehen? Wenn die Zeit kommt? Es ist Zeit, in die Schlacht zu ziehen.